Hey, Moment, ich komme gleich rum. Ich meine, du hast eh schon etwas gefallen. Ich meine, du hast eh schon 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 gefallen. Okay. 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 Sie betreten einen sicheren Bereich. Ich kann deine Zähne knirschen durch den ganzen Raum hören. In etwa einer Stunde wirst du dir in die Hose machen, während du mich nach einem Schuss Spice anbettelst. Ach, Schnauze. Wir können bis dahin warten. Oder du beantwortest jetzt meine Fragen und ich gebe dir was zu brauchst, bevor du dein letztes bisschen Würde verlierst. Na gut, sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Warte! Verdammt, Mann! Warte! Wir haben ihn dem Rat übergeben. Die legen ihn bestimmt um. Scheiße. Guter Hund. Hier. Jetzt sind wir total geschmissen. Nee. Wie ist denn diese fucking Hits? Ja. 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 Wie ist denn? Okay. Okay, Peter. Pass auf, es läuft so. Wenn du mich doch mal unterdrehst, werfe ich dich von da. Und wenn du irgendwie in Hiebe deine Ratslegen beherrst, werfe ich dich von da. Hab dich nicht klar ausgedrückt? Ja. Wie war das? Ja, Ma'am. Gut. Also, das hier ist der Verschlussmann. Ist das Magazin leer? Ja. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Bist du high, Arschloch? Nein. Lügt mich nicht an. Ich dulde viel, aber keine Lügen. Selbst wenn ich high wäre, das hat nichts mit dir zu tun. Glaubst du das wirklich? Bist du so dämlich? Wir sitzen alle im selben Boot. Wir verlassen uns aufeinander. Wenn wir uns nicht auf dich verlassen können, kannst du nicht bleiben. Das kannst du nicht tun. Und ob. Glaub mir. Ich will das nicht. Ich will dir helfen, aber dann musst du ehrlich sein. Meinst du, dass du das hinkriegst? Wie sieht's aus? Ja, schätze schon. Dann fang damit an. Also, die Materialien sind am Anfang gar nicht so wichtig. Die sind ja erst im Late Game sehr interessant. Da braucht man sie, die Blöde. Ich glaube, sie ist gut, sie jetzt schon zusammen. Ja. Wie ist es? Ja. 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 Was ist das? Okay. der schießt Was ist das? 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 Die Division ist Geschichte. Espinosas letzte Position ist ganz nah. Der Schildknoten ist nicht weit. Okay, wie sieht's aus? Alle außerhalb eines Umkreises von etwa 80 Kilometern um DC sind vom Netzwerk abgeschnitten. Komplett. Was tun wir dagegen? Wir müssen zuerst das Ausmaß des Schadens ermitteln. Also an Orte gehen, die nicht leicht zugänglich sind. Weil sie in feindlichem Gebiet liegen? Nicht nur das. Die Überschwemmungen haben viel Schaden angerichtet. Besonders unterirdisch, wo ein Großteil unserer Infrastruktur liegt. Glaubst du, Sie sind schuld am Netzwerkausfall? Auf keinen Fall. Da hat jemand nachgeholfen. Okay, I didn't even flash. Entschuldigung. Das dürfte der Knoten sein. Isaac wird sie führen. Was ist der Knoten? Schildagentenberechtigung authentifiziert. Da sollte ein Terminal sein, mit dem Sie den Knoten reaktivieren. Schildagentenberechtigung Unpräzise. Dafür werde ich die Austauschen gegen eine andere. Schildagentenberechtigung. 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 Schildagentum. Er ist hier. Wollt ihr ihn sprechen? Ihr wollt ihn? Dann hört gut zu. Zieht euch zurück und wir liefern ihn heil ab. Naja, fast heil. Sie werden ihn nicht töten. Sie sind nicht dumm. Finden Sie diese Hyäne und machen Sie sie fertig. Sie werden ihn nicht töten. Sie werden ihn nicht töten. Sie werden ihn nicht töten. Eintreffende Verstärkungsaufforderung. Oh, scheiße, scheiße, snipe down. Aaaaand, zeig dir, scheiße, scheiße, uren, uren. Okay. Elektronisches Gerät erkannt. Das hier könnte die Lösung für alles sein. Was wir hier haben, könnte eine Katastrophe herbeiführen. Wir haben bei Weitem noch nicht genügend Tests gemacht. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Hey Leute, noch bin ich gesprächsbereit. Aber entscheidet euch schnell. Ich weiß nicht, wie viel er noch aushält. Sie versucht, sie aus der Ruhe zu bringen. Konzentrieren Sie sich. Okay. 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 Das ist ein Junge. Here ist ein Junge. Das ist ein Junge. Drei sein Junge. As Board zus. Till, hier ist. Oh, mein Name ist auf, ist absolut scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann sind wir bereit Und bis dahin, Präsident Ellis hat den Absturz überlebt und wird von einer der Fraktionen festgehalten Wir müssen ihn finden Arm Arsch, es könnte jederzeit zu einem weiteren Ausbruch der Seuche kommen Wir brauchen keine Politiker, wir brauchen das Heilmittel Vielleicht brauchen wir ihn, um es zu bekommen Es wird an einem sicheren Ort sein Okay Wir sehen, was wir tun können Soll ich mich jetzt geschmeichelt oder beleidigt fühlen, Manny Soweit ich weiß, gibt es noch Tragbares Gerät erkannt Ja, das wollte ich sagen Es gibt noch ein paar Scans, die hier rumliegen Ich weiß aber nicht, wo die heute noch liegen Ah, hier kommt einer in der Nähe Und wird nun gesucht wegen Hochverrats und Terrorakten gegen die Vereinigten Staaten Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich Vermutlich hat er andere ehemalige Agents für seine Zwecke gewinnen können Weitere Identitäten werden bekannt gegeben, wenn sie bestätigt sind China wurde zuletzt in Manhattan, New York City gesehen Ende der Nachricht Wichtige Nachricht an alle Agents im Einsatz Die Person, die für die Entstehung und Verbreitung des Pocken-Virus Variola Chimera Auch als Dollar-Grippe oder grünes Gift bekannt verantwortlich ist Oder als Dr. Gordon Amherst identifiziert Amhersts Leiche wurde gefunden und geborgen Die Autopsie zeigt, dass er seiner eigenen Krankheit erlegen ist Ende der Nachricht Wollen Sie sich etwas ansehen? Ein gutes Geschäft Um die vollständige Kurzliste und den Prospekt einzusehen Fragen Sie am Hauptschalter Dieテil Ginest rows Não hat er executives Auf der Lage sind die Welch Jetzt Darkness Und die sind die Verbreitung Zumindest kommen Sekundärinfektionen jetzt seltener vor. Naja, die Nichts-Tuber findet man auch in einer Apokalypse. Ach, ich schwöre. Herzinfarkt vor einer Stunde. Die Reanimation war ohne Erfolg. Shit. Dann hat Mendes jetzt das Sagen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Mehr kann ich mir nicht leisten zu sagen. Ja. Ja. Ach, ich schwöre. Du kannst das nächste. Du kannst mein Engelsherrtrekken. Ja. Mein Arzt und der Herz. Schießt dann. Ja, gut. Das ist ja noch mal das, äh, dann drüppst. Gegner bewacht ein Ort in der Nähe. Du schuld. Oh, du sollst auch auf mein Haus. Ich bin schon geguckt. Ah, ja, drüppst du fertig. Ich habe mich zwei gut getrefft von euch. Ja, das kann ich mal nicht tun, ja, ja. Oh, ba, äh, schuhe, jetzt sollte ein Donnerstag kommen, wenn ich noch nicht kommen. Ich denke, ich werde das Woche nicht kommen, weil ich mit den Samenstand frei an den Self-Kankenschein gehe noch ein bisschen Donnerstag, das heißt, ich meine, du gehst wirklich für jeden Tag schaffen, komm, ne, du versuchst es schon, also, jetzt ist es nicht Hoffnung, dass sie die Freude können, also, ich glaube es nicht, ja, wo ist sie nicht am Büro, von Feinden bewachter Ort erkannt. Okay. 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 Gegner bewacht, ein Ort in der Nähe. Amen. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Gegner bewacht, ein Ort in der Nähe. Untertitelung des ZDF, 2020 Von Feinden bewachter Ort erkannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Von Feinden bewacht, ein Ort in der Nähe. Untertitelung des ZDF, 2020 Von Feinden bewachter Ort erkannt. 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 Vielen Dank. 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 , okay. ... 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 ...... ... ... ...... ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich hatte ihm erst Vorräte gegeben. Putz. Zivilisten in Gefahr. Ich hab keine Angst vor dir! Oh fuck! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Zivilisten in Not. Heilige Scheiße! Wir haben's geschafft! Ihr! Ich hab's geschafft! Ihr Penner! Ich hab's geschafft! 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 Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Wie ist das? Was 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 ist das? Espinosa's letzte Position ist ganz nah. Der Schildknoten ist nicht weit. Der Schildknoten ist nicht weit. Was ist das? 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 Ich weiß nicht, wie viel er noch aushält. Sie versucht, sie aus der Ruhe zu bringen. Konzentrieren Sie sich. Wie lange bin ich denn hier? 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 Das war's für heute. 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 Oh! Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das Land ist vor sieben Monaten gestorben. Nach was ihr keine Zukunft wollt. Wir sind alle samt Tiere. Wir jagen einander und tun was wir tun müssen um zu überleben. Sprecher hat keinen Platz in dieser Stadt. Also werdet stark und kommt zum Klappen. Sehen Sie doch was wir erreicht haben. Jahrelang hat man unseren Abkauf behandelt. Als Bedrohung für die Gesetterschlüssel entdeckt. Und wo sind wir jetzt? Das ist unsere Stadt und niemand wird sie uns wegnehmen. Vorgang angehalten. Manuelle Kontrolle erforderlich. Die Division raubt euch eure Entscheidungsgewalt. Sie wollen die Macht an sich reißen. Diesen Mist haben wir schon einmal geduldet. Führung fortgesetzt. Neue Kultive. Die Division raus passiert nicht. Die Division raus. Womanuelle Kontrolle erforderlich. Die Division raus. Die Division die Division raus. Die Division raus. Auf. Oh, oh! Wenn Sie nicht folgen, tun Sie, was Sie tun müssen und überleben. Ja, Sie haben Menschen verloren, die Sie liebten. Ich verstehe Ihren Schweren, aber Sie sind nicht. Ah, Schäfer. Wie kann es sein, dass du immer noch lebst? Odessa Sawyer, ich fasse es nicht. Mama hat immer gesagt, ich wäre eine Kakerlake. Dachte, sie meinte, es sei schwer zu töten. Bezweifle ich. Sind das deine Freunde? Stell ich dir vielleicht vor, aber erst nachdem wir geredet haben. So geheimnisvoll. Was bist du jetzt? OGA? Genau darüber wollte ich mit ihr reden. Ich habe einen neuen Arbeitgeber. Und er sucht Leute. Mutebasis, Gefahrenzulage, Boni. Und du arbeitest mit echten Profis. Ja. Und für wen würde ich arbeiten? Leute, denen dieses Land wichtig ist. Mhm. Das Angebot kommt nur einmal Odessa. Die Zeit rennt. Das willst du dir nicht entgehen lassen. Ich habe einen Eid geleistet. Und dabei bleib' ich. Eine Kakerlake versteht das vielleicht nicht. Haha. Tja, das ist verdammt schade. Du wärst ein echter Gewinn. Wir sehen uns. Scheiße, das hoffe ich nicht. Haha. Schade auf. Hm. Ja. вержifatisch. Ja. Das ist圍. Dann kann es uns weiter. Ja. Dann kann es. Ich hab eine Gitarre. Wof. Ist. Ja. Ich hab eine Gitarre. Ich hab eine Gitarre. Ich bin jetzt bereit für das Rückenwoche. Das ist alles klar. Niemand kennt die Antwort. Geht euch ein Drink. Dröhlt euch mit Speisdruck. Habt einfach Spaß. Vielleicht gibt es kein Morgen mehr. Genießt das Bisschen, zeigt, dass euch noch bleibt. Es warten eine Menge versteckte Freuden auf euch. Und die Hyänen zeigen euch, wo ihr sie findet. Unsere Freunde wollen sie aufhören zu leben. Sie wollen die Stadt nach ihren Vorstellungen erlauben. Wir Hyänen haben das Redefuch schon lange weggeworfen. Ihr wollt frei sein? Kommt zu uns! Genießt das Bisschen, zeigt, dass euch noch bleibt. Es warten eine Menge versteckte Freuden auf euch. Und die Hyänen zeigen euch, wo ihr sie findet. D.C. ist geschnitten! Schubelsschlüssel entdeckt. Das hier ist unsere Frau. Sie sind auch noch nicht so. Wir wollen, wie wir wollen. Seid mir dieses Kontroll erfreulich. Sußt uns also, wer hier wirklich das Sagen hat! Halt! 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 Er hat! Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? gemacht? Was ist das? 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 Das ist ein Hänger! Ich habe das nicht mehr geholfen! Ich bin! Ich bin! Das ist nicht mehr geholfen! Hey Agent, ihr wartet ein Projekt auf die Fertigstellung. Ich weiß nicht, wie das ist. 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 Okay. So, dann habe ich hier... Okay. Da braucht er halt Verstärkung. So, klar kommen. Mach klar. Okay. 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 Oh la! Oh la! So. Der nächste Punkt wäre hier. Hm. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Oh. Oh, man, das ist echt easy. Hyenas haben einen Shake-Tech-Behälter erbeutet. Hyenas haben einen Shake-Tech-Behälter erbeutet. Er ist in einem Hotel, wo sie das sortieren, was die Zivilisten und anderen Fraktionen abnehmen. Sie müssen ihn bergen und ins Weiße Haus bringen. Was? Was? Die Hyenas bunkern Shade Tech in diesem Hotel. Die brauchen wir. Die Hyenas. Die Hyenas. Die Hyenas. Die Hyenas. Die Hyenas. Achten Sie auf den Positionsanzeiger. Ich habe ihn geortet. Er muss sich irgendwo unter Ihnen befinden. Sie sind jetzt beim Shade Tech Behälter. Die Hyenas. 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 Oh, mein Gott. Was ist das? Der Ausgang liegt vor Ihnen. Zeit zum Auschecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Auschecken. 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 Oh, definitiv nicht auf den Griff. Was ist das? Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Ich brauche Hilfe! Schwer gepatzelter Feind erkannt. Nicht mehr! Ich brauche nicht, dass du das überlebst. Das macht sackeltschuldig. Kann ich ja übertragen dann halt in dir bau? Guck mal ein bisschen. Ich muss mal gerade wieder ich weiter geh. Nimm den ab, dass gerade die Klaus mesmo macht. Da sicher komplett insgesamt, Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Die ist super noch drin, wenn ich die wieder erfüllen soll. Die zwar nicht gerade stabil, aber das Ding macht damage. Ich bin echt gut in damage. Ja, nächstes Level. Die ganze Siedlung steht hinter ihnen. Das ist natürlich scheiße. Dann markieren wir mal alles, was scheiße ist. Alles, was grau ist, brauche ich nicht. Nein, auf, das ist so. Dann der ganze Rest. Ich kann nicht sammeln. Das war diesmal praktisch. Jetzt ist es mal ganz so dumm, ein Skop drauf zu setzen. Ich habe automatisch mehr feindliche Übertragung empfangen. So, nix. Gehen wir da hin. So, ich müsste hier jetzt noch einen Skop haben für das Ding. Genau. Mach ich das drauf. Mach ich automatisch 35% mehr damage auf. Das lohnt sich. Wo kann ich stehen. Das ist echt. Uns gehen die Vorräte aus. Ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch damit auskommen. Feindliche Übertragung erkannt. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Danke, Dani, für die Wait. Und hallöschen, wer jetzt dazu kam. Keine Drogen. Keine Drogen. Keine Drogen. Und dann. Also, habe ich dir gegenüberst. Ihm nicht, wie lange dauert sie jetzt! Um, zuhause schrauben. Dann würde ich den Schrauben. Ich bin dran. Oh, nichts stimmt mehr. Das schaffen wir. Das schaffen wir auch eine Kunst. Das ist ihr Ziel. Das ist ihr Ziel. Hallo? Hä? Oh. Ich nehme das Visio wieder runter. Das ist ihr Ziel. Das ist mir einfach. Ich nehme das. 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 ziel erledigt gute arbeit wie es aussieht haben sie sich ein weiteres wie es aussieht mit knie sehr schön hier wird kein Loot verschoben Echo in der Nähe entdeckt hier 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 7 das ist normal was genau genau aber das Ding hat Wumms ich nehme lieber die so das hier hier und kassieren in so in dem im in im in im im in Äh, hier gibt's Loot. Hier bleibt kein Loot liegen. Na, das wird mitgenommen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So. Tragbares Gerät erkannt. Es ist leicht zu töten. Ich sage nicht, es ist leicht Menschen zu töten. Wenn man sie als Menschen ansieht, wird es sehr viel schwerer. Aber wenn man einfach nur auf die Bilanz schaut, was für ein Hindernis jemand darstellt oder wie sehr es einem nützt, jemanden noch eine Weile atmen zu lassen, dann ist es eine einfache Rechnung. Und einfache Rechnungen sind leicht. Fast so leicht wie zwei Kugeln in den Torso und eine dritte in den Kopf. Was ist denn jetzt los? Ich wollte ne Sniper haben, jetzt kriege ich eine Sniper nach der anderen an den Kopf geschmissen hier. Die ist noch stärker als die andere. Ei. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück. Ich werde mein Inventar erweitern. Wie läuft's? Yo, Meister. Ah, ich brauche Level 30. Nein, doch, ich kann die Kapazität. Nee, kann ich nicht. Doch, ich kann. Obwohl die schon saßen. Zack, Kapazität erhöht. Ähm, was machen wir noch? Ein Einbau für Magatinen. Hinten wir auch gebrauchen. Schalldämpfer definitiv. Ähm, ein Scope für interessant. Kann ich noch eins? Ja. Kann ich hier auch noch eins? Ja. Ja, Granate sind nicht so wichtig. Oh, das wäre interessant. Für Kopfschüsse mehr XP. Ja. So, damit habe ich mehr Erfahrungspunkte für alles. Ja, bla bla. Und jetzt haben wir hier nichts. Okay. Ja, ich weiß, dass ich meine Woche modifizieren kann. Ich weiß, wie man modifiziert. Ich brauche. Oh, was ist das? Da kann ich schon nichts. Okay. 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 Den kann ich anfangen. Oh, okay. Das brauche ich nicht, brauche ich auch nicht, was die Optimierung, ne, okay, nix weiteres. Das wäre, ich würde mir Geld geben, aber das brauche ich nicht, ich brauche kein Geld. Ähm, Kohle habe ich schon Ende, erhebten, das ist der Schicht, wenn ich mich nicht lehre, oder? Ah, der ist noch zu, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Hey Agent, toll Sie zu sehen! Und auch weiter, bitte. Elektronisches Gerät erkannt. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Das wird nicht gut aussehen. Bei allem Respekt, Mr. Mendez, das ist mir total egal. Manhattan ist im Ausnahmezustand und das ist das letzte Ass in meinem Ärmel. Ich muss es einfach einsetzen. Stimmt. Ich hoffe, wir brauchen das auch nur für kurze Zeit. Um die Nachwehen kümmern wir uns dann nach der Krise. Und wenn es nicht so schnell geht, was dann? Sie sollten sich gut vorbereiten. Wenn sich das in die Länge zieht, dann wird die Außenwirkung das geringste Problem sein. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Eintreffende Verstärkung Die Grenzübergang sind genau das. Nur Gerüchte. Gut. Und jetzt zu dem Vorschlag, den Grenzübergang El Paso dicht zu machen. Ich weiß, da kommen gerade viele Leute von Norden her, um die sich ihr Land nicht kümmern kann. Aber ich kann Ihnen versichern, wir haben nicht vor, das Problem an Sie auszulagern. Im Ernst, Alice? Haben Sie nicht das Gefühl, dass hier etwas komisches vor sich geht? Komisch finde ich die Situation nicht, Mr. President. Lassen Sie es gut sein. Sie wissen, was ich meine. Da bin ich nicht so sicher. Das fühlt sich einfach alles schwieriger an, als es sollte. So als würde immer etwas gegen uns arbeiten. Sie sitzen am größten Sessel, Sir. Irgendwer wird sich immer reflexartig dagegen wehren, was Sie machen. Ich stehe hinter Ihnen. Das wissen Sie. Und das Land auch. Also, halten wir uns nicht mit hypothetischen Krisen auf, sondern kümmern wir uns um die echte Krise. Was läuft mit dem da? Komplett auf Damage aufgebaut. So was von nur auf Damage aufgebaut ist, ist es richtig heftig. 10.000 Punkte, das ist. Das ist schon nicht ohne. So eigentlich habe ich jetzt genug aufsetzen, um meine Waffen hier mal etwas interessanter zu gestalten. Und das ist gut. Magaziner, warum habe ich nichts? Hier. Präzision. Angriff. Aber dafür optimale Reuschweite. Das ist auch. 50% Stubby. Ach, schmeißen wir ein Skindorf. Kann ich hier auch noch ein Skindorf aufschmeißen? Natürlich nicht. Ich kann nicht. Ist egal. Das Ding müsste jetzt essentlicher präziser sein wie vorher. Agent, in einem Außenposten der True Suns scheint es ein Versteck mit Shade Tech zu geben. Sie haben sich da seit Wochen verschanzt und benutzen gekaperte Sender, um ihre Propaganda zu verbreiten. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh, da kriege ich Belohnung. Sehr schön. So, ich gehe dann noch eine rauchen, spiele noch Fleisch die Mission, nehme noch die Erfahrungspunkte und dann gehen wir pannen. Oh, wenn es wieder ein Arbeitstag. Oh, je. Oh, je. Erzähl wir auf, dass wir ein paar Jahre alt sind. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Oh, macht das Schießen Spaß. Okay. 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 Schaut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.